Hallo und herzlich willkommen bei Dent. Die letzte Folge ist ja eigentlich ganz gut für uns gelaufen, im Gegensatz zu den anderen. Heute haben wir einen Monsterwechsel und zwar der liebe Dennis. Hallo. Mit dabei logischerweise wie immer Magnum, äh, ja, Dennis, Makai. Dennis, Dennis, Dennis wird Magnum, Makai, okay. Genau. Und der liebe Alex ist auch wieder dabei und, äh, kommt hier da raus. Hallo. Ich hab einen Schlüssel. Das ist ein Schlüssel? Ja. Mach mal bitte da auf. Ich gehe auf einem Tisch. Das ist komisch, oder? Äh, zum Glück wenigstens geht es mir am Stock. Vielleicht probiere ich jetzt mal auf, was ja was. Ja. Mary Queen is the king of the world. Young and sweet, only seventy. Oh Gott, nein, nicht aber. Ich meine, ich kann man den Typ nicht mögen. Ja, ich mag ja aber, aber doch nicht in Damned. Obwohl, vielleicht haben die hier in diesem Restaurant aber ihr letztes Konzert gegeben. Tam, tam, tam. Oh. Oh. Also. Sehen die irgendwo was leuchten? Außer Touchlampen. Ja. Papa hat nen Rusty Key gefunden. Ja, meine Hose, du weißt. Ja, Opa, oder wie? So, 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 er hat jetzt zwei. Geh, geht auch direkt auf. Oh. Du könntest Schlüsseldienst machen. Hm. Ja, äh, also mit Schlüsseldienst wäre es in dem Game hier der Overskill. Ja, dann bist du Superman. Nein. Nein, ich mach's. Ah, du. Mach die Tür wieder zu. Yo, really? No. Ich bin echt hier. Ne, 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 ne. Wo, 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 sie ist Rage-Wall. Nein. Nein, verpackt. Scheiße. Ja, wie verpackt. Das ist der Vorteil hier an diesem Raum. Da kann nämlich die Mary so gut wie nicht jagen. Mary hat uns nicht bekommen, aber das nächste Mal wird sie wahrscheinlich nicht so gnädig sein. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, drei gegen Mary. Ich soll, die Leute sollen jetzt noch nicht abschalten. Na, 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 eh, ne, ich wolle nur anspülen, go. Ich hätte einen Metallschlüssel gefunden. Ey, jetzt komm, lass uns doch auch mal ein paar Schlüssel noch. Ist doch langweilig. Ja, richtig. Oder ist Mary? Hallo, Leute. Kommt mal her. Ich habe hier gerade irgendwie eine Toilettenspülung gehört. Du kommst doch nicht durch. Richtig. Piss dich, Alter. Geh weg. Alter, du bist voll sexy, ey. Wollen wir knutschen? Wir sind schwul. Komm her. Lass knutschen. Wir sind alleine. Was geht mit dir? Ey, jetzt kannst du bitte gehen. Oh, ich bin auf, mein Freund. 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 Oh, scheiße. Oh, ich bin fast gegangen. Oh, ich bin fast gegangen. Aber warum hast du eigentlich eine halbe Stunde hier vor mir rumgestanden? Ja, weil ich nicht weg konnte. Weil du genau an meinem Ausgang standest. Tut mir leid. Oh, du scheiße. Oh, was willst denn du hier? Mach die Tür zu. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Mach die Tür zu. Ich gebe Gas. Ich gebe Gas. Ich weiß nicht, wo ich rausfahre. Ich fahre mit meinem Rollator und mein Rollator mit mir. Ja, du hast viel zu lange gewartet. Andere Richtung. Andere Richtung? Okay. Das ist kein Lavier. Scheiße. So. Du kannst mal sagen, wo ich da ausziekomme. Ich habe keinen Plan mehr. Ich glaube, ich brauche nur eine Dosen Ecstasy. Was? Was? Nein? Wo? Oh. Die Batteriesammlung. Oh. Oh, schau. Guck mal. Da auf dem anderen Tisch liegt was. Junge, hier ist auch noch eine Batterie hier. Kann man teilen Batterien? Ich habe den Küchenschlüssel gefunden. Hey Schatzis, kann man Batterien teilen? Äh. Was? Es geht doch hoch. Da hinten rechts ist was. Da hinten rechts ist was. Also ich fahre dir ja nix rum, tut mal an. Geh die Batterie, ich nehme nur eine Frische. Ich habe auch 10 Frische. Ich habe das Brascheisen und habe den Code. Also wir sind hier in Bioshock und könnten theoretisch hier mal... Hallo. auch reichlich das packt hier rum scheiße alle treten die Schlüssel da er hat sich nicht ich wollte haltest du überhaupt irgendwas Prozent Batterien ich wollte mir die Schlüssel nehmen ich habe nichts ich glaube wir haben einen neuen Mary Master Mary Master Prozent die Titel ist und als Mary da ist Mary ja ich hab sie gesehen welcher Optiker Geste nicht so schnell ich hab auch Joghurt im Rucksack ich bin ich so schnell und ich schubs nicht ich hab Joghurt im Rucksack wieso hast du Joghurt du hast doch keinen Rucksack ich will nicht wissen das ist ein Insider denn verstehst du nicht ne aber die Zuschauer sind doch zu blau aber die Zuschauer sind doch zu blau aber die Zuschauer sind doch zu blau nirgendwo du lieb uns jetzt kann man ja das gab es früher mal aber ich glaube ich kenne auf er vertreten dass meine Gruppe ich schubse ich habe noch Joghurt im Rucksack aber das nirgendwo hallo nirgendwo ja doch muss ich ja meine Damen und Herren wie wäre es wenn nun Mary gewinnen würde das wäre das Fendi treibt es oh ne in die Kommentare jetzt seh ich nix mehr ich seh's noch auf Verdacht auf Verdacht hier durchschleifend ich seh fast nichts sie geht an den Tischen vorbei er bleibt stehen brauche weitere Saves und nun sieht sie an den Heizkörper gefällt brauche weitere den an der Eingangshalle hast du auf auf den Fenster denken unterliegen wir auch manchmal Schlüssel ach gut zu wissen wie sie ist eben oh bei der Heidee ein bisschen trug der Heidee ich sehe bei die 480 hier könntest du höchstens nicht sehen und wenn du mich links die Stöhe dann ich sehe jetzt seh's mir das ist rechts mit fremd da liegt doch irgendwo hat sie es aufgesucht Ich bin hier am Klavier, Mann. Da ist noch einer. Auch zu. Scheat. Hä? Willst du hier? Nein. Oh no. Ich bin in eine Sackgasse gerannt, verdammt, danke. Oh, ich war so gut unterwegs. Die Mary hat's gemacht. Ich bin in eine Sackgasse gerannt, die einzigste Sackgasse in dem Raum und ich Arsch rein rein. Oh ja, manchmal muss man halt Pech haben. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Damned. Ja, Leute, und bewertet das Video. Ja, und guck mal bei Ixiemovies rein. Yo, lass mal ein Abo da oder so, einfach schaut rein. Keine Ahnung, so irgendwie. Baerbock. Ciao. Ciao. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.